So, wir holen uns jetzt unsere Belohnung ab. Trick or Beat, äh, die Trick or Beat Brawl ist jetzt fertig. Oh, da haben sie einen Fehler. Glückwunsch, du hast Belohnung für dieses Event. Sollte eigentlich ein Zeichen und Bruch sein. Naja, egal. Also, ich bin Position 20.413 geworden mit 7.300 Punkten. Ich frage mich, wie man da noch viel mehr rausholen kann, ohne zumindest zu bezahlen. Also, das heißt, es müssen echt Leute da gewesen sein. Oder extrem viele Leute da gewesen sein, die schon ganz schön Kohle hinein investiert haben. So, also, wir schauen jetzt mal, was dabei rausgekommen ist. Ja, genau das, was da stand. 250 Münzen und 5 Geliebert. So, wo, und das war es dann auch schon gewesen. Nicht besonders viel. Viel Arbeit, wenig Geld. Alles klar, macht's gut, bis dann. Und tschüss.